es ist eine höhere Stil eine Gräter Hieling-Portions genauso ist es doch schon mal ganz gut an Gräter Hieling-Portions 150 live äh dingens irgendwas steht da oben und Feuer drauf und dann kann man äh Laserschwerter verbessern die Kanzel Gräte in Portion äh mit den Stil Dingern was kannst du sonst mit dem machen ich bin nicht gerade dabei vorzulesen man kann die Laserschwerter verbessern äh eine magische Harfe oder so mit 30 30 Magic Damage mit 4 Mana Verbrauch und eine Rainbow Rod machen Jeeey und die die leuchtet an allen Farben wenn du die Missles machst geil das brauchen wir ja ich will haben äh Crystal Storm ist ein Zauberbuch ist anscheinend so ein Spell die Dominaten sie sind überall das Dalle könnt ihr übrigens nur mit dem Hammer abbauen ne hast du mit der Ball einen Tom? nein kriegst meinen Kopf nicht da war eine Falle ich hab noch Kobold gefunden ganz weit oben ich hab noch Kobold gefunden ganz weit oben können gleich die ersten Kobold Barren machen ich geh mal ähm zur Basis ich hab nur mein Kobold hier abfragen und verkauft Zeug damit ich mir die Shotgun holen kann das ist hoffentlich gut Aldi wie die nachts leuchte denn das sieht ja richtig krank aus Party Party ja du musst nachher so epische Musik mit einbinden ins Video das ist eine epische Party Musik bitte ja da musst du aber auf die Rechte auffassen Never gonna get you up never gonna get you down never gonna run around and serve you ähm macht sie was aus mir ein bisschen Gold zu geben Clemy noch ich hab drei mir fehlen auch nur noch drei ja toll komm schon wo bist du da oben bist du da im Dicke ich kann auch noch ein paar Sachen verkaufen ich glaube dann krieg ich auch noch ein paar Gold zu Meinst du mal ich sollte einen Tresor verkaufen der bringt 10 Gold äh der Tresor der bringt überhaupt gar nichts glaube ich das ist eine Piggy Bank genauso Aldi ich hab schon wieder Bomben gefunden Aldi was will ich jetzt mit meinem Grabstein hier ich mach mal ein paar Kobalt Bomben ich auch ich konnte einen machen ja ich kann wahrscheinlich ein paar mehr machen das kann ich alles aus der Shotgun graben ups ja ein paar mehr nicht besonders aber 31 so Geist dann erklär mir mal was man denn das craften kann mit einer Shotgun aber ich habe das doch alle ich habe das Auge gefunden Tom Boop 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 Sekunde aus der Shotgun kann man nur nix craften mit illegalen Gunparts kann man Megashark dafür brauche ich den Minishark schau mal was du im Inventar hast ähm wollen wir gleich nochmal dieses fette Auge beschwören weil ich habe das Teil dafür was soll ich denn im Inventar haben oh geil ich bin Zahnarzt wie hast du so viele damit machen können schon äh ich hab 31 äh 31 äh hier wie heißt das Buffen hab ich zwei machen können jetzt hab ich nur ein Buffen übrig ich will den Megashark haben ich will mehr Disco googeln haben das komplette Haus soll leuchten wir machen ein Partyhaus ich will den Megashark dafür brauche ich nur noch 5 Shark Dinger und 20 Soul of Might wie kriegt man Soul of Might wie kriegt man Soul of Might Souls kannst du farmen indem du Monster killst so äh die haben so ne gewisse Chance äh ja dann will ich den Megashark einfach mal setzen wir die Shotgun hierher ausrüsten so muss das weißt du ein Shortcut wie man sich sofort nen ganzen Stack kaufen kann von Bullets äh rechtsklick gedrückt bleiben weiter weiß ich auch nicht oder mit Shift keine Ahnung muss man probieren das geht nicht na jetzt kann ich hier rechtsklick Ewigkeiten gedrückt halten wenn ich den ganzen Stack haben will hier das ist voll gemein mann oh ich will mehr Disco kugeln haben ich kann nichts verkaufen brauchst du für Disco kugeln? ein Gold äh ich hab 4 kannst du ja noch die restlichen Zimmer ausstatten dann können wir die Fackeln komplett entfernen so ähm Clemy übermerst du keine Augen mehr ich weiß ich hab auch ne Invisible Potion drin was zur Hölle? was zur Hölle? du bist einfach nur noch ne hässliche Rüstung laufende Rüstung Leute so jetzt lass mal lass mal weiterfahren ich hab jetzt auch den Drill ne? ist der besser wie ne Walton Pickaxe? ist der besser wie ne Walton Pickaxe? die Fackeln doch nicht weglassen sonst sind äh die ähm NPCs nachher weg und mit Licht sehen die Disco nicht der Scheiße aus ich brauch noch nen Hammer ich mach mir dann nen Holzhammer was aber das kann ich mir nicht machen Holz Hammer way so ähm so ähm Clemy loil alter ich hab ich sagt alter das ist das Mitril abbar ja welche Rüstung war noch mal die für die äh für die ähm ne ne der macht Licht der Bohrer das ist praktisch diese Hölle macht der Licht das ist ein Bug denk ich ja ich glaub auch ein praktischer Bug aber ich glaub da war rechts ein bisschen ah eins ah das ist ein Enchanted Sword das ist ein Enchanted Sword das ist ein Enchanted Sword hoffentlich tropp das ich selbst ja klar lol krieg noch was wenn man das Tal umliegt legen wir's mal in oben und dann wissen wir's ja Kopfschmerzen ok Silbercoil immerhin wer ist denn hier verreckt Clemy war ja wieder klar oh oh die Shotgun back drum ich schieß drei Schüsse mit einem Klick aber braucht nur eine Mundi pro Schuss das ist voll praktisch ich glaub das ist das auch da oben ist ein Magier geil meins die Wachstuhl die Wachstuhl jetzt haben wir eine Magier das war was Helding die Frenz Schoppen verkaufte denn Crystal Ball Eisrott Greta Mana Portion eine Glocke eine Hafe Spelto Music Box uh das tut sich doch schon mal ganz gut an ja jetzt haben wir uns auch ganz ehrlich macht sich was ausfällig äh wenn wir kurz um in der anderen Welt gehen wir nicht kurz ein bisschen Geld oder Jo also nein oh nein jetzt bringt's nix mehr als tot ja nein er zieht ja jetzt gleich in unserem Haus ein so irgendwann jetzt oder so okay na egal wir brauchen das Geld erstmal nicht ich dachte wir Disco Kugeln Verschwendung Quatsch Disco Party 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 yeah Disco Disco Prozent Prozent Qualle Wochenlicht in der Tat ey yo was das ah da ist schon wieder ah da ist ganz viel mit Zeug blau oder alle wie schnell arbeitet der Bohrer man das ist so ich bin in meinem Mund stecken ja man Zahnarzt die wenn ich keine Gebiss mehr haben will dann komm ich zu hier okay also die Lava müssen wir wegbekommen äh dann mach doch weg Soul of Light was ist Dis die Souls die Souls musst du sammeln die Souls musst du sammeln ich geh schon mal dann hier unten abbrauchen das hier ist nur Kobalt oh das ist noch ein Kristall bei dir denk ich oder ja okay das hier ist nicht still oh du musst mal gucken welche Rüstung es war die die Waffen verstärkt da würde ich werden der äh der Fernkampf da ah Lava fließt da rein Lava fließe ich bin nicht zu mir ich hab hier grad ganz viel mit zu spielen ich hau so lange mal die Monster kaputt ja mach die Monster kaputt ich höff da nie ab okay das ist sehr nett von dir Tom ich glaub das schaff ich auch alleine wir sollten uns so trotzdem beeilen ja hier ist keine Zeit für Egoismus ach ja und auf der andere Seite von euch auch der Hardlord ist immerhin hart das ist Kobalt glaub ich ich glaub aus dem Grund aber kann's abbauen damit Klevi Klemi auch mal hier so'n Dings bekommt yeah ja Kobalt gibt's soweit ich weiß auch sonst noch gute Rüstung ja die naja die Rüstung die gibt nicht so viel Death ja ich brauch ich ich hätte halt gern die mit dem mit Range ja ich brauch halt gern die mit dem mit Range ja ich brauch halt die mit Range Damage ich brauch halt die mit Range Damage da kannst du mit Drill mal gucken keine Ahnung was die bringt und mit Drill gibt's dann auch ein Drill oder wie äh ja den braucht man dann für dieses Adam die Nutzung er soll man dann nicht mal die ganze Tage noch ein bisschen mehr kaputt machen ja jetzt genau ich habe gesagt du meinst du siehst du das wechselt immer ja ich war mir nicht sicher weil es mir jemand anders vorher mal gesagt hat ne das wird dann freigeschaltet halt aber ob es mehr bringen weil sie auch nicht ja ich würde sagen wir wir wollen bis aufs Ende jetzt die Echse und dann werden wir den Code durchlesen damals dadurch ist herausfinden äh nein okay wir können dann mit siehe am Boss machen die Ersdarm die Städte ja ich kann wieder in die Toilette bauen ich kann auch noch ein paar Mitril-Barren oder ja erstmal Kobalt-Barren oder ich glaube um den Mitril äh Drill zu machen braucht man diesen Mitril-Amboss ja baue ihn ruhig wir sind zu kräftigen von mit siehe und alle mit was ja ja dann musste bei mir aber kein Platz mehr erwartet die Bottle sollte ich nicht wegwerfen so ist aber die Schnelligion die Schnelligion die Schnelligion die habe ich auch noch vom Winter-Event oh mein Gott die wird aber hart und die wird unsere ganzen NPCs kaputt machen und unsere ganze Welt hier mit Schneeblöcken zum Spam geil meinst du ich kann mir den Kobalt-Repeater machen? äh ja ja ich sollte lieber auf dem Drill warten warte mal Kobalt-Mask ja warte mal lieber auf den Drill kann ich mir schon Drill machen? ich habe wieder eine Bombe wie viele Kobalt-Barren hast du? dann kann ich vielleicht noch einen für Clemy machen ich habe eine aber die Frage ist soll man wirklich schon einen Kobalt-Drill für Clemy machen wenn wir eh bald einen Mitril-Drill haben? äh keine Ahnung ja stimmt dann kann er den alten ja dann mach ich mir jetzt einen Kobalt-Repeater cool wir haben den Wizard jetzt du witzart mit dem Ding yeah okay das ist wahrscheinlich ein ganzes Stück mehr Schaden Crystal Ball äh Eisrock was ist denn das? ein Platinum das ist ja günstig also hast du hier eine Disco-Kugel äh unten geplaced drin? keine Ahnung das sieht cool aus wo ist der Typ hier? shop mir Error mir Error oh Gott wie das klingt das ist ein Stößer das ist ein Stößer, ne? so sollen wir jetzt mehr äh Altare kaputt machen genau ich will mal kurz hier meine ganzen Waffen auch sortieren Hase muss töten Failed Hard würde ich mal dazu sagen Clutch ich frage es halt ob die Shotgun besser ist oder der Repeater wird sich zeigen der Tittenberg uh stimmt da ist wieder ein Tittenberg so ähm lauf ich laufe bereits flieg und sieg yay ich will dann die Mega Shark haben diese ganzen Dinger müssen wir dann abformen diese Essenzen das was ist das für ein Baum? ich will auch gucken was ist das für ein Baum? den siehst du schon Clemen den kann man nicht übersehen ok oh wow die Pfeile gehen durch